Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin's, Marco von AuthenticGermanLearning.com. Heute werden wir über ein paar häufige Fehler sprechen. Es gibt ein paar Wörter, die häufig mit anderen Wörtern verwechselt werden. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Wir werden heute über die Wörter interessant und hilfreich sprechen. Oft wird mir gesagt, dass meine Videos interessant und hilfreich sind. Beziehungsweise manchmal wird ein anderes Wort gebraucht, ein Wort, das ähnlich klingt, aber etwas anderes bedeutet. Nehmen wir das Wort interessant. Es gibt das Wort interessant und es gibt das Wort interessiert. Etwas kann interessant sein und dann bin ich interessiert. Die deutsche Sprache ist interessant. Ich bin interessiert an der deutschen Sprache. Ich habe Interesse für die deutsche Sprache. Das ist das Nomen, ja, das Interesse und das Verb ist interessieren. Ich interessiere mich für die deutsche Sprache, denn die deutsche Sprache ist interessant. Ich bin interessiert. Das Interesse, interessieren, interessant und interessiert. Das zweite Wort ist hilfreich. Ich hoffe, dieses Video ist hilfreich für dich. Ich möchte hilfsbereit sein. Ich möchte Hilfe geben. Ich möchte hilfsbereit sein und deswegen hoffe ich, dass dieses Video hilfreich ist. Hilfreich ist hilfreich und hilfsbereit. Ich möchte hilfsbereit sein, ja, eine Person ist hilfsbereit und was diese Person tut, kann hilfreich sein. Tom ist immer sehr hilfsbereit. Tom gibt mir Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Tom ist mir behilflich, wenn er mir hilft. Ja, wenn mir Tom hilft, ist er mir behilflich. Er ist sehr hilfsbereit. Er ist ein hilfsbereiter Mensch und das, was er tut, ist sehr hilfreich. Ich hoffe, ich habe diese beiden Wörter gut erklärt, interessant und hilfreich. Ich hoffe, dieses Video war beides. Wir sehen uns bald wieder. Ich mache nicht so viele Videos in letzter Zeit, weil ich sehr viel an dem Authentic German Learning Podcast arbeite. Bleibt gespannt! Der Authentic German Learning Podcast wird bald veröffentlicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen! Tschüss!